Das team für hier keine Katerina, Leute. Gib mir Xayah, ich hab die Hosen voll. Gib mir her! Oh oh. Oh oh. Oh no. Oh no, er will nicht tauschen. Nein! Er hat zu spät getauscht! Er hat zu spät getauscht und jetzt hab ich Xayah mit Ghost. Let's go! Ghost und Heal auf Xayah. Das macht richtig Bock. Nein, er hat zu spät getauscht. So in der letzten Sekunde hat er getauscht, ey. Naja. Müssen wir durch, Leute. Hier können wir nichts anderes tun. Ich trau gar nicht rein. Der hat zu spät getauscht. In der letzten Sekunde drückt er das Ding. Oh, dann machen wir durch damit. Report Wind Trader, ja. Hey, sind wir wie Leute? Sehr gut. Wir haben Ghost und Heal. Ihr macht den Chat an. Ja. Ich mach den Chat an. Für euer Vergnügen. Oh, der Chat ist an. Schauen, ob da jemand was schreibt. Boah, ey. Wir haben auch direkt hier mal... Ich spiel jetzt echt mit Ghost und Heal, ne? Ich krieg die Krise. Ich krieg die Krise. Das wird gar nicht cool. Ne, ne. Wir springen gegen Kaiser, ne? Kaiser ist eigentlich... Wir sind eigentlich gut gegen Kaiser. Eigentlich. Weil wenn sie auf uns raus springt, haben wir halt Ultimate, um sie wegzublocken und so ein Kram. Die werden zuerst zwei bekommen. Die Gegner hier. Haha. Fehlen. So, Braum. Schild, schild, schild. Schild, mich, Braum. Schild kommt leider ein bisschen late. Ich habe auf jeden Fall Überraschungsmoment, ja, da ich einen Ghost hab. Braum, kannst du weiter nach vorne gehen? Das wäre ein Traum. Ne, der wird direkt im Gage gleich. Der muss halt vor mir stehen. Wenn ich rangehe zum Last Ritten, muss Braum vor mir stehen. Damit er direkt schilden kann, wenn Alistair in Gage kommt. Jetzt zum Beispiel. Braum, bitte. Ja, der hat ein Schild, oder? Nein, nicht. Ich habe zum Glück Ghost, Leute. Guck, wie schnell ich bin. Ein Glück habe ich Ghost mitgenommen. Bin ja ein Motorboot. Äh, wir müssen hier weg. Hat der Ultimaid? Nice. Kill für Katarino. Noch ein Kill für Katarino. Die hat halt Ulti, ne? Akali ist von der Top Lane auf die Bot gelaufen. Könnt ihr euch das vorstellen? Akali ist von der Top Lane bis auf die Bot Lane gelaufen. Holy. Die hatte Bock. Warte mal, ne, ist sie gar nicht. Akali ist mit Lane. Was ein Quatsch. Nevermind. Akalis Mitte. Das ist Lowen war natürlich. 5. Katharina, äh, Akalis ist wahrscheinlich tot. So, unser Team misplayed gerade. Ich spare sie mir direkt das Goldchen mit. The Graves, Mitte, äh, Bot Lane ist geroumed in die Mitte. Ich nutze die Zeit und push hier mal rein. Gut, da ich auch Last Kids mitnehmen, ist immer sehr wichtig. Okay, jetzt hat er gesplittet von seinem Articari. Da ist die Dings... Nein, wieso war sie denn nicht gesnared? Jetzt habe ich wenig Federn getroffen. Ich muss weg. Wir wieder Party auf der Bot Lane. Ich werde aber die Bot Lane auch komplett durchgängen. Weil hier eine HD Carry mit Ghost ist. Ist eigentlich freier Loot. Free Real Estate. Ich glaube, wir haben gerade eine Chance, den Dragon zu machen, oder? Wir haben sie ja nicht genutzt, sind jetzt unser Braum tot. Ich kann noch nicht mehr helfen, Leute. Ich bin, ich bin raus. Ich bin, 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 ich bin. Genau, mal vakarli haben keine Ultime, theoretisch können wir's finden. Ah, so close, er hat keinen Reset bekommen auf seinen Ultime. Ah, da ein Doppelkill. Das Gift sollte reichen, oder? Please, reicht nicht. und er meint jetzt macht den drag machen ja da er will ein wenig sehr gut da habt ihr das groß gesehen mehr findet noch keine ultimate ich glaube er hat noch ein bisschen ist tot gegen das tod hallo miti miti warst du nicht im jungle ein supporter in arena velor nein der auto tag ging nicht raus okay irgendwas war da so ein clown fiesta game kommt hier der teleport von wem katharina nein schade schade schaden gründer ist der beste held im ganzen game aber nie seid es seid es besser ich bin ja beide nicht so stark aber wenn du solo kiel spielt dann seid auf jeden fall mehr potenzial ich habe also auf diesem helden hier eine winrate von zehn prozent oder so auf 100 games hallo inception ist keine richtig schlechte winrate drauf haben wir nicht wieso ist nicht gut und katharina wird zerballert von der akali ackel df schreibt da was heißt ackel df leute ackel df do something kann irgendjemand töten meinen treiben 3 bis 3 sehr gut sollte ein paar kids sein für die akali kriegt auf jeden fall ein bisschen was die erwähne sagen katharina one trick die wird keine ahnung haben im jungle ja wieder drei katharina one tricks oder so ein team gehabt das war so nett von dir ich bin riesiger fan braun dankeschön ich bin katharina gar nicht so schwer ich glaube ja so schwerer tue bion ist deswegen müsste tut rick ja der ist auch cleverer einfach tutig sein ich versuche echt irgendwie gold aufzuholen gerade ja katharina wird schwerer wenn sie genervt wird er ja gut sie ist butterfly ein bisschen auf steroide muss man sagen sie ist nicht einfach nur butterfly sie ist butterfly und durchdrehen wir sollten das nicht bleiben leute der darin ist vertrat geslappt von wieso ist die tod da muss ich mal schnell mein groß sind weg mit dir neuer habe ich nicht gesehen schwierige erste runde schreibt also er hat nie lange gespielt und da könnte die gar nicht bleiben hier mein team ist aber die hat niemals lange gespielt das ist als ob ich dann gehen würde und jetzt sagen sie wieso hast du damit gepickt ja vielleicht leute die sind diese nicht so smart hier wieso hast du lange gepickt schreiben sie wenn du kein jahr mehr ist ja vielleicht weil nur noch lange übrig war vielleicht deswegen könnte sein das ist eine theorie von mir wir lassen doch nicht da so rein bleiben oder scheint doch es ist nicht einer rausgekommen sind alle rausgekommen die sind nicht so smart ich habe gesagt ich mache den chat dieser runde an weil ich wusste das wird ich wusste es wird premium kennst du bitte da weg gehen braun das ist nicht die beste gegend in der du dich aufhalten solltest braun bitte der ist weg kenne wiki gg ich glaube meint ff das ist echt schlimm holy also den chat kann man sich nicht geben hier heute ist echt schlimm mit dem flame schon 45 games hat ein afk gehabt ist auch wochenende wochenende ist es sehr schön also es ist beim wochenende noch schlimmer als sonst muss man sagen das ist ja schon normal sage ich mal das ziemlich leute super ein flame aber wochenende ist immer noch mal herr da weiß auch nicht da waren die leute chillen dann drehen die alle durch gg 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 gg